ich dachte es wäre jojo und wieder mal herzlich willkommen bei jojo spielt fortnite und heute mal kreativen modus und mit dabei ist ja wer ist alles dabei die die schieße ich jetzt wieder und die können sie nicht mal vorstellen also nico leon ist dabei neu ich bin ich nicht du spielst dich doch nico ja wer spielt oder handcam er sogar im handcam video mir geschickt aber das ist jojo mein sicherlich das ist ja nicht das ist ja nicht er hat sogar facecam gemacht und hänke irgendwie versucht so zusammen zu machen ist das man sie nicht so das bin ich lukas lukas hat außerdem computerverbot ja stimmt wirklich hallo das ist nicht ein tag wir haben mehrere tage gespielt doch wer sonst wer sonst ich sage ich gucke jojo geradezu ich gucke jojo geradezu es ist er nicht wer soll das sonst leihen lukas 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 ne der computerverbot ich glaubte nicht irgendwie auf versuch auf whatsapp oder so irgendwie oder ein video handcam zu machen sondern glaube ich ja dass das aber ein bisschen blöde wenn ich spiele wie soll ich das machen mir ist doch geschickt frag mal nico ist schon verzweifelt gewesen mir das beizubringen das bauen wie lange haben wir gebraucht zwei tage ab fünf stunden also zehn stunden haben wir dran geübt na ich glaube ich einfach noch nicht glaubst du nicht aber es ist möglich das ist möglich das ist möglich aber juli oder nicht juli oder hat irgendwie im blut warte ich ihr könnt eine runde kurz spielen oder so und ihr könnt auch gerne auf mich warten ich muss beim fernseh mal kurz wieder normal machen jetzt ist das nicht schwer wo ich würde so ein riesending anheben also wenn Lukas das wäre da würde besser spielen äh der Lukas ist wirklich besser fuck alter er ist schon besser als ich nico hilf du musst mich trainieren wie hast du das gemacht mit dem nico mach das nicht wenn du ihm trainiert ist er besser als ich bist du jetzt schon ja aber wenn nico dich trainiert bist du dann besser als ich wieder ich bin doch die krise wenn man mich anlögt ich hasse es wir lügen dich ja nicht an guck jetzt wurde ich getötet wenn es Lukas hätte er mich in einem stück auseinander gerissen extra ja genau ey Junge ihr könnt mich nicht verarschen ich war schon öfters genug verarscht von wem ja von uns aber nicht von uns ich guck mal wenn ich auf maus natur spiele das ist einfach kastatur warte ich muss für den betal sortieren hä ich kann dir mal Lukas her wissen und er kann ja sagen dass er die spiel ich will ein Video sehen, mach mal ein Handcam Video ich muss halt mal ein Inventar sortieren ich hab die auch nicht sortiert ein Jojo ist halt besser als E tja, kannst du mal sehen nein, wir haben eine Woche geübt ich will nur ein bisschen übertreiben mit zwei Tagen wir haben vor drei Tagen oder vier oder fünf Tagen erst gespielt ja, und seitdem trainieren wir ja auch wie lange haben wir pro Tag trainiert? drei, vier Stunden, ne? in den ersten drei, zwei Tagen war ja richtig scheiße und danach haben Lukas und ich einen richtig gut unterschießen haben sie mir mit der Pappgang auch beigebracht springen und zielen musste ich da gibt es eine Map dafür und da gibt es nur Pappgang und dann schießt man auf einen durch und wo denn es liegt, haha, ich mach euch alle ja, er schießt euch mal gegenseitig, dann kann ich den Eingang noch holen so, ihr sagt da nichts mehr, seid ihr noch da? ja ich will mal, ich will mal nächstes Mal mit Lukas in einer Lobby spielen und dann soll Jojo mitspielen und wollen wir mal gucken, wer hier ja, können wir machen ok fühl ich mich besser dann wirst du sehen dann wirst du von Lukas und von mir gekillt Nico, da musst du mir helfen ne, 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 Nico, das machst du nicht das mach ich auch nicht oh Nico, du ehrenlose Stück ja, du willst doch mal gegen beide kämpfen, nicht ich na wo ich noch besser war na, früher war ich ja noch besser, jetzt bin ich ein schlechter guck mal, wie hoch ich auch mit Level bin seitdem wir das letzte Mal gespielt haben hey, komm, explodiert man sieht man sich mal ach ne, das seht ihr ja jetzt gar nicht mehr bei ja, genau Juni, mach mal nen Kampf gegen Lukas du bist viel zu gut geworden also er wird überhaupt ne Chance haben na natürlich aber er musste zurück editiert auszulernen ach Scheife wer war das neu wer hat mich jetzt abgeschafft das hab ich nicht mitgekriegt ich hab nicht mal einen Sieg ihr seid zu gut oh, Zuckmann holt mir mal ein ähnlichen bitte Jojo, wollen wir gleich noch äh eine Team-Runde spielen ja, können wir auch machen und wir einen Sieg holen können wir machen ich hab eh eh noch paar Aufgaben zu erfüllen hey, mach ein Jojo 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 hat sich einen richtig guten Clan verdient Jojo hat sich eigentlich viel mehr Abos verdient weil Jojo viel gut geworden ist also er sich so schon Abtun-Mami ich spiel mit Monster-Satur Abtun-Mami, ich spiel mit Monster-Satur ich spiel nur Computer ich äh wenn ich jetzt Xbox spielen würde oder so, dann würde ich wohl Schwierigkeiten haben wieder wegen Kontrollern ja, weil du kannst auf der Tastatur anschließen das höre ich zum ersten Mal, dass es möglich ist aber nicht bei jedem ne, natürlich aber nicht bei jedem du kannst doch auf, mich zu pushen weil Switch weiß ich Oh Jojo ne, grad zu die Ehrigen weil Switch weiß ich es nicht Leute wenn ihr es wisst und ob es wird spiel schreibt mal in die Kompare oder von Konfu wie er da ist ach spiel noch Konfu ja, heute ist Lichtschwertseminar und hat sich Lukas angemeldet Lichtschwertseminar ja, Lichtschwertseminar hier wegen Star Wars ne, wegen Star Wars ne, wegen Star Wars geil, Digga, ich muss ja wieder hin ah scheiße Spaß warum hab ich noch nicht aufgehört, ne und am 1.2. macht Lukas Schakos Seminar nur ein Schakos? ja, mit Schakos, richtige Schakos schuldiger aber er muss aufpassen, dass er jetzt nicht so rumflexen will, angeben will und danach knallt er sich das Ding in die 12 ach, darauf war ich doch nur damit ich was gelachen hab gut, dass Lukas uns jetzt nicht hört, ne ich bin jetzt mal in die Tat soziert ich komm kurz raus auf versehen editiert und schon werde ich getötet wird für drei Seiten für die eigentliche Zeit eingeschossen ey, Mann das ist Fortnite, sag ich nur Nico, trimier mich mal aus so hart also Lukas hat ihn das mit spielen gemacht ich hab ihm Tipps gegeben was er so, äh also wie viel er bauen soll und so und mit editieren hab ich den auch noch ein bisschen geholfen aber die Grundlagen und so hat Lukas alles gemacht ich hab ihm nur ein bisschen halt äh, gesagt welche Tasten bauen sind weil ich hab ja selber ne Tastatur wo was jetzt weiß ich aber wie, äh, wie man alles drücken soll auf einmal weiß ich nicht das kann ich dir ja beibringen ja, dann trainier ich mal auf Tastatur aber das blöde ist mein Kontrolle das USB und ich muss Maus und Tastatur zusammen reinstecken äh, zusammen reinstecken äh, ja hab ich also ich muss Tastatur maus einzeln reinstecken in die Play das ist doch beim Computer auch einzeln drin ist aber ich hab nur zwei Fächer in der Play und da mein Kontrolle so, äh, Kabel verbunden ist und auch ein Stecker drauf ey, yo, yo, ich muss noch mein Inventar sozielen ich tüge mich an, bevor ich meine Inventar sozielen kann äh, nun, 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 erschieß mich hier nicht Niko ich möchte ja gewinnen ja, im Versuch es ja, im Versuch es ja, ich versuch das ja die ganze Zeit aber du siehst ja, äh, ich bin noch schlechter als Niko, ne? also, wenn das Lukas gewesen wäre, hätte Niko auseinandergenommen ja, das stimmt Jojo hat auch noch die, äh, Grundlagensprüche und so er versucht sich in die Pro-Gamer-Sprache rein zu, äh, fixieren ach, erst hab ich das ist aber schwer gegen dich Niko hä, sie hat mehr Kills als ich? wer, ich? ja, nicht wundern euch, ich sag zu jedem Junge sie sag zu hören, wenn irgendein Freund von ihm nicht abfuckt, was will sie von mir um die, äh, abzufacken wenn man halt besser im Baum gewonnen aber ich glaub gegen Jojo hast du immer noch keine Chance oder eher gesagt, keine Chance also ich würde sagen, ich bin mit Niko gleich gut, ne? oder? was meinst du, Niko? würde ich auch sagen, vielleicht, ähm, vielleicht mit AR im Nahkampf bisschen besser, aber sonst nämlich gleich gut ich spreche ja jetzt von BAUN ach, schon wieder ein Sieg ja, BAUN oh, 13 Minuten, ich muss mal wollen wir gleich noch, äh, ein Team-Match machen? ja dann mach ich jetzt mal Schluss, weil wir sind schon bei 13 Minuten und dann machen wir gleich noch ein Team-Match und bis dahin sag ich ja, kurz Pause-Calls, Pause-Calls und bis dahin sag ich mal Ciao tschau